Ja, mir ist es sehr wichtig, auch in solchen Gesprächen, wenn man Ehrlichkeit erfährt, auch Ehrlichkeit zurückzugeben. Und natürlich habe ich da auch meine Meinung oder beziehungsweise mein Gefühl kundgetan. Aber erstmal bin ich da eher in einem Angestelltenverhältnis, weil der Trainer da auf jeden Fall am längeren Hebel sitzt und da auch die Entscheidung trifft. Das ist auch richtig so. Zu dieser Situation grundsätzlich, weil es jetzt ja immer wieder Themen dazu gibt, ist es, glaube ich, man muss das ein bisschen verstehen können. Uns jungen Fußballern wurde damals im NLZ nahezu jeden Tag Konkurrenzdenken beigebracht. Bist du zu klein, bist du zu schwach, bist du zu langsam, bist du raus, hast du keine Chance, wirst nicht in die nächste Mannschaft mit übernommen. Und dadurch haben wir ein hohes Konkurrenzdenken, die Leute, die Spieler, die auf dem Niveau angekommen sind. Und man muss dann sich immer wieder daran erinnern, immer wieder daran denken, es ist gerade für eine besondere Sache, es ist für eine große Sache. Wir sind alle sehr ehrgeizig, ich bin sehr ehrgeizig. Und natürlich möchte jeder so viel wie möglich spielen und auch eine Verantwortung tragen. Aber ja, jetzt in dem Fall, Kai hat meine maximale Unterstützung. Ich wünsche ihm jedes Tor, was er nur machen kann, weil es uns als Land, als Nation und uns als Mannschaft deutlich nach vorne bringen wird. Wir haben eine einmalige Chance. Ich finde, wir haben uns jetzt in eine sehr gute Position gebracht, auch mit einem guten Gefühl in dieses Turnier zu gehen. Und dementsprechend musst du dich mit dieser Rolle einfach, musst du dich mit der einfach identifizieren können. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020